Ob ich einen Film über ihr Leben auf der Alm machen darf, habe ich die Uschi gefragt. Ich denke, dass grundsätzlich jeder erst einmal für sich alleine sein können muss. Das gilt ja nicht nur für die Alm, das gilt ja auch unten. Also wenn man das nicht schafft, dass man irgendwann mal alleine ist, dann kommt man mit sich selber nicht zurecht. Du hast dich heute schon besungen, das Mädchen? Hab jetzt, weiter da! Nur Frauen. Weiberwirtschaft. Das ist so spannend. Ja. Allein als Frau kann man's eigentlich nicht gut schaffen. Es ist einfach, ein Bauer braucht eine Bauer, ein Bauer braucht eine Bauer. Gut, 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 gut! Kim! Kim! Ich denke mal, man sollte vielleicht nicht grundsätzlich alles in den Wind schießen, was die Eltern sagen, aber man muss schon ein bisschen zu Angst leben bleiben. Wie schaut's denn aus mit der Hofübergabe? Ja! Ja! Hey! Hey! Ein bisschen noch! Ah! Ja, komm! Da gibt's einfach ganz viel irgendwie so Aufräumarbeiten. Es ist halt dann schwierig, wenn ich jetzt in Zukunft denke, dass meine Eltern mal nimmer da sind und mir bleibt dann der ganze Krempel, den ich ausmisten muss, dann wird's halt ein bisschen angefangen. Also, ich denke mal, fängt man bei Zeiten schon an. Da bleiben! Ja, gut! Die Türken jetzt! Die ist ja, Ruhe! Ja, danke! Schhhhhhhhhh!